Hey, ich bin Andrea Hese. Zusammen mit meiner Kollegin Sandra Ruf verantworte ich die Abteilung Zentrales Controlling bei OZNUZ in Ulm. Zahlen fasziniert mich schon immer, deswegen ist mein Beruf genau das Richtige für mich. 2014 ergab sich für mich die Chance im Rahmen eines Pilotprojekts die Abteilung Zentrales Controlling in einer Doppelspitze zu führen. Sandra und ich ergänzen uns als Führungsteam fachlich und menschlich sehr gut. Das ermöglicht uns, qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen, auch wenn eine von uns beiden mal nicht da ist. Eine Abteilung während der Corona-Pandemie aus dem Homeoffice heraus zu leiten, war sicher für einige Führungskräfte eine Herausforderung. Dadurch, dass ich bereits schon vor der Pandemie immer wieder von zu Hause aus gearbeitet habe, war das für uns nicht ganz so neu. Als Mama arbeite ich auch gern mal abends in Ruhe, wenn die Kids im Bett sind. Außerdem erreiche ich dann unsere Kollegen in Amerika viel besser. Eine gesunde Balance zwischen Beruf und Familie zu halten ist mir sehr wichtig. Obwohl ich viel im Homeoffice bin oder gerade weil ich viel im Homeoffice bin, hilft mir meine Familie nach Feierabend super von der Arbeit abzuschalten. Wir haben ein Haus nahe im See, da fühlt sich fast jeder Tag wie Urlaub an und gibt uns neue Energie.